Was geht ab Leute, euer Fraps ist Jons war heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video checken wir auf jeden Fall das neue Inferno-Paket aus. Das Ganze ist bereits rausgekommen und ich werde es euch jetzt nach und nach zeigen. Doch bevor wir damit überhaupt anfangen, Freunde, ich habe derzeit ein Gewinnspiel am Start, was ihr natürlich unten in der Videobeschreibung finden könnt. Geht da gerne drauf, macht auf jeden Fall mit, ihr könnt auf jeden Fall dicke Sachen gewinnen. Schaut vorbei, würde mich mega freuen. Außerdem könnt ihr natürlich gerne meinen Support-Creator-Code eintragen, FRPZ-YT, würde mich mega freuen. Dann würde ich aber jetzt sagen, genug gequatscht, starten wir doch mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! So Leute, ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt mal als allererstes das Gameplay hier im Hintergrund. Ihr könnt bereits sehen, für 20 Euro kann man sich das Ganze kaufen. Hier in dem Fall ist es jetzt halt auf der Playstation. Man bekommt den Skin, eine Herausforderung für 1000 V-Bucks noch dazu. Dann kann man auch die Spitzhack und die Lackierung freischalten. Das zeige ich euch natürlich gleich. Wenn ihr das Ganze gekauft habt, dann sieht das Ganze natürlich wie immer aus. Man kriegt den Inferno-Skin, ihr könnt ihn hier rechts auf der Seite sehen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall mega cool. Muss man auf jeden Fall hier an der Stelle sagen. Der Kopf brennt, so die Augen glühen. Sieht auf jeden Fall mega, mega geil aus. Dann haben wir natürlich nicht nur das erhalten, sondern Freunde, wir haben auch eine Herausforderung erhalten. Und zwar die Inferno-Herausforderung. Da bekommen wir auch V-Bucks dazu. Die Challenges könnt ihr gerade hier im Hintergrund sehen. Ihr müsst 14 täglich Herausforderungen absolvieren, um am Ende des Tages dann alles freizustellen. Also auch die Spitzhacke und dann auch die Lackierung. Der Skin an sich sieht meiner Meinung nach mega cool aus. Den können wir hier nochmal gerade hier im Hintergrund sehen. Man kann sich das Ganze nochmal genauer anschauen. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass es halt eine Geschmackssache ist. Es ist halt ein John Wick mit einem Feuerkopf bzw. in einer Feuer Edition. Doch ich muss dazu gestehen, ich finde ihn wirklich ganz cool. Für 20 Euro ist es komplett legitim. Man bekommt den Skin, der ja legendär ist. Das heißt, das ist schon mal 20 Euro wert. Dann bekommt man eine blaue Spitzhacke und nochmal eine grüne Lackierung. Also wenn man jetzt die Skins, die Spitzhacke und die Lackierung zusammenrechnet, sind das 30 Euro. Plus dann nochmal die 1000 V-Bucks sind 10 Euro im Wert. Das heißt, 40 Euro bekommt man sozusagen von Epic Games, obwohl man nur 20 Euro bezahlt. Finde ich auf jeden Fall lohnenswert. Also da kann man gar keinen Fehler machen. Vor allem, Freunde, überlegt es einfach so. Ihr kauft euch für 20 Euro 1000 V-Bucks. So müsst ihr überlegen. Aber bekommt dann halt als Bonus den Skin, die Spitzhacke und halt die Lackierung. Meiner Meinung nach absolut fair. Man kann sich überhaupt nicht beschweren. Ihr könnt natürlich wie immer gerne eure Meinung zu dem Skin unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr könnt auch gerne die Videobeschreibung abchecken für super günstige PSN-Karten, die dann von 2-3 Minuten geliefert werden. Ihr könnt hier gerne den Link anklicken, wo 20 Euro Playstation-Karte steht. Oder allgemein, da gibt es auch Xbox-Karten. Da könnt ihr dann so bis zu 5 Euro sparen. Das heißt, ihr spart da nochmal ganz am Anfang ein bisschen und könnt dann am Ende des Tages halt noch mehr sparen, um einfach mehr Profit in Fortnite da rauszuholen. Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Hier an der Stelle soll es aber soweit mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Nicht vergessen, abonnieren. Nicht vergessen, Freunde. Ich wäre dann raus. Out rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao. Ciao. Ciao.